Und damit, Leute, was geht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau, ihr wisst Bescheid. Guys, heute starten wir in die Welt D, und zwar den Swooper Keller. Oder wie auch immer man das ausspricht, ich hab keine Ahnung, Sprachen lernen. Wii. Oh, die Musik. Also, das ist keine Musik, das ist Atmosphäre im Hintergrund. Geisteskrank. Ja, erstmal getroffen werden. Geisteskrank. Das sieht mega schön aus. Ey, wie cool ist das denn? Das ist mega cringe. Übrigens, Guys, wenn das hier schon eure zweite Folge ist, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr mal ein Abo dalassen würdet. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Folgen mehr. Und, oh mein Gott, das war mega knapp. Und werdet dann immer direkt benachrichtigt. Hey, das war voll das coole Secret. Let's go. So. Und. Oh, nein. Ich dachte, ich schaff's nicht hoch und bin deswegen nicht gesprungen. Aber diesmal drück ich den Springknopf im richtigen Moment. Und nehme auch noch die Feuerblume hier mit. Und weiter. What's going on? Nee, nicht runterfallen. Nee, nee, nee. Das steht nicht in meinem... Ja. Als ob ich noch... Niemals. Ja. Ja, okay. Jetzt ist tot. Ich hab mich aber gut gehalten. Wie das nur für die Starcoin. Und ich hab's wieder nicht geschafft. Mann. Warum denn? Wundervoll. Damit ist die Starcoin auch in unserer Tasche. Das hat auch nicht lange gedauert oder so. Aber das fand ich... Ach, Mann. Mit der Röhre wieder ein zu innovatives Secret. By the way, guys. Ihr wisst alle Bescheid, hoffe ich. Und wenn nicht, dann jetzt gut zuhören. Bis zum Ende dieses Let's Plays gibt's unten in der Videobeschreibung. Innovativ Merchandise verlinkt. Wer ihr da noch was haben wollt. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Dann gibt's das nur bis Ende dieses Let's Plays. Und danach nie wieder. Ich würde an eurer Stelle sehr, sehr schnell zuschlagen. Solange es das noch gibt. So, mit einer Eisblume fühle ich mich hier schon viel, viel sicherer. Ich mag diese Flapflaps nicht. Oder wie heißen sie im Englischen? Ich hab voll das Gefühl, gleich betrogen zu werden. Da oben, da rechts ist die nächste Starcoin. Wieso hab ich das Gefühl, dass man in eine der Röhren rein kann? Kann man scheinbar nicht. Aber hier müsste man die Starcoin auffangen, wenn man den grünen Schalterpalast noch nicht hätte. Okay, jetzt gibt's hier ein bisschen... Ich lass irgendwelche Kristalle hoch und runterfahren. Action. Das sieht aber irgendwie schon so nach Ziel... Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Das sieht irgendwie schon so extrem nach Ziel aus. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch wieder der Einzige, der das denkt. Entschuldigung, der Einzigste. Hier kommt jetzt gleich was hoch, was wir usen müssen. Okay. Alle drei Starcoins. Und hier ist auch schon das Ziel. Kommen wir direkt zum nächsten Challengehaus... Challengehaus H. Ihr wisst alle Bescheid, um was es geht. Hoffe ich. Wenn nicht, schaut einfach zu. Also für die Leistung, auf eine Sekunde das zu schaffen, finde ich, kann man auch mal ein Like da lassen. Das wäre super lieb und würde mich mega unterstützen. Dankeschön. Toxic Wiggler Chef. Ich hoffe, es wird nicht so toxic hier wie auf Twitter. Aber mal gucken. Okay. Ui. Riegel, Riegel. Das gibt mir so Ameisenhaus-Vibes oder wie auch immer man das nennt. By the way, auf die Checkpoint-Flaggen haben wir Kristalle drauf. Schön. Will ich... Warum... Warum hat der keine Kollision? Hä? Ich dachte, dass da unten jetzt vielleicht was mega krasses Secret ist. Nö, der Wiggler hat einfach keine Kollision. Ja, du stirbst jetzt nicht. Lass dich jetzt fallen. Ha, ha, ha. Okay. Carapace, Katakomb. Ich hoffe, man spricht das aus. D-A. Bitte keine steigende, sinkende Gift. Lavagedöns, bitte. Danke. Ach, Riesenkäfer sind okay. Die kenne ich ja schon aus Part 2 oder 3. Ich finde sowieso dieses Ganze... Also ich finde, das sieht alles sowieso mega atmosphärisch hier aus. Dieses Lila, das passt so gut in so eine Höhlenwelt. Das finde ich echt schön. Erste Starcoin. Und durch die Röhre wieder nach draußen. Hier wartet auch schon wieder ein riesengroßer Beetle auf uns. Und eine gelbe Röhre, aus der keine Pflanze rauskommt. Sass. Auch wenn gelb. Ein Hammer, Bruder Hammer. Sollte Dichter werden. Caseform, Dichter und Denker der Neuzeit. Ich werde dann so in der Schule analysiert, so wie Goethe. Oh, oh. Da kann man safe hoch. Aber wie, aber wie, aber wie? Oh, mit ganz wildem Wandsprung-Action ist das aber auch machbar. Hui, 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 hui. Es ist nicht das einfachste. Muss mal gesagt sein. Hier, das sieht so nach, nach Gift steigt aus. Aber tut es nicht. Das finde ich gut. Wenn ich jetzt das Darkhead verpasst habe, wäre es schlecht. Hier ist der normale Exit. Ich hätte durch die andere Röhre müssen. Boah, wie cool. Wisst ihr gerade eben noch, beim Ziel sind wir ja bei so einem horrormäßigen Ding rauskommen. Und hier gibt es einfach eine komplette Horrorwelt. Welt 6 ist eine Horrorwelt. Der Hashtag Spoiler, das wird die beste Welt. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das nächste Music House an. Ich habe am Schluss kein zweites Mal springen gedrückt. Ich weiß nicht, warum er gesprungen ist. Ich wollte eigentlich nach links gehen. Ist ja auch egal. Ich glaube, das war eine okaye Leistung. Spine Springs. Welt D3. Und so sieht es aus. Und hier sind meine Iglu Glucks, die mich anstarren. Als würden sie, weiß ich nicht. Uiuiui, das war auch ganz schön knapp. Die kann man nicht besiegen. Das ist ganz gut zu wissen. Wie soll ich zu der Starcoin kommen? Einfach hier Stampfattacke oder wie? Ja, eine geschenkte Starcoin. Herzlich willkommen. Warum? Ich dachte erstmal, ich müsste die Iglu Glucks hier links besiegen oder so. Aber nö, so war es dann doch nicht. Was sind das für angenehme Jumps hier? Ah, ein One-Up-Azis. Es ist trotzdem Sass gewesen. Man weiß es nicht. Aber wir haben ja schon eine Starcoin. Und den Checkpoint. Jump. Jump. Röhre rein da. What the hell sind das viele? Bitte nicht mich aufessen. Ich schmecke sehr... Reden wir nicht drüber. Oh ja. Der ist so schön. Ah, vorsichtig. Ich kann ihn nur mit Steuerkreuz lenken. Sonst wäre das Ganze natürlich viel einfacher. Ich gehe nach hier oben. Ich gehe nach hier oben. Ich habe die Hoffnung, dass hier was krasses ist. Ja. Eine wunderbar schöne Starcoin. Nein, 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 nein. Wenn der Wasserstand weg ist, falle ich runter. Imagine. Hey, das ist so innovativ. Und hier ist auch schon direkt das Ziel. Gar kein Stress. Oh, das bockt mega. Toxic Fortress. Ich übersetze es mal auf Deutsch. Twitter Schloss. Ahaha. Den Joke hast du vorher schon gebracht. Und da war er auch nicht lustigst. Die fahren runter. Hier hinter könnte ich halt irgendwo eine Starcoin befinden. Ach so, aber das ganze Castle fährt runter. Ja, das fährt runter, so wie manche Beziehungen. Scheinbar toxisch, das Ganze hier. Ah. Heute bin ich wieder der Lustige. Ja, in die Richtung. Oh, nee. Ich muss hier doch oben safe lang. Nö, muss ich nicht. Oh, okay. Okay, wunderbar. Wie haben wir denn jetzt bitte die Starcoin geskippt? Ich gehe erst mal weiter. Bitte nicht. Nein, nein. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Bin da. Das ist so unfair. For real jetzt. Was passiert schon wieder? Ja, natürlich. Nein, das ist... Ach, das ist asozial. Ja, nee, nee. Guck, meine Blume. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Der ist unberechenbar. Wir gehen mal hier unten rein und hoffen auf eine Starcoin. Was ich hier von halte? Nichts. Weiß ich nicht. Also, um ganz ehrlich zu sein, das mit den Starcoins finde ich ein bisschen schade. Muss ich ehrlich sein. Die erste Starcoin konnte ich gar nicht bekommen, weil ich einem Secret gefolgt bin. Die werde ich auch safe nicht nachholen. Und die zweite war halt dumm von mir. Und hier ist auch schon direkt das Ziel. Das war ein relativ kurzes Castle. Let's go. Sogar schneller gewesen diesmal. Wunderbar. By the way, guys, hier links, blauer Schalterpalast. Ich dachte, es gibt nur drei. Wundervoll. Guys, wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Das unterstützt mich immer sehr. Und um nichts mehr zu verpassen, ihr wisst Bescheid, den Channel abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche Montag zu einem krassen neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.